Spitfire. Da hast du Streaks drin, ja? Ja. Wie viele? Sechser und vier Zweier. Zwei Waffengruppen dann, wa? Ja. Also ich habe zweimal meine Shadowhawk Waffengruppe gebastelt. Oha. Hier ist jetzt aber ganz schön was los. Junge, 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 Junge. Ist ne UAV über mir. Oha. 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 Achso. Da ist gar keiner mehr. Oh schön. Beruhigend. Oha. 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 Das ist noch ein Zone-Reno dahinter, um in der Weiterentdeckung zu stehen. Eine LMS Zone-Reno. Wir haben aber auch hier noch eine Blood-Asp. Ich will auch drauf schießen, aber dann müssen wir nicht davor stehen. Doof. Die Kingcrab hat so eine blöde Kurve gezogen. Uh, ich explodier gleich. Der ist Streak-Resistent. Klatsch, klatsch. Siehst du? Der ist zu weit weg. Ich glaube, unser Inkubus ist gerade in meine Beine. Ich bin mit dem PPC reingesprungen. Ja, war ja ein Gewinn. Ja. Das hast du gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Streaks was bringen oder nicht. Also, wenn du mal rankommst... Ja. Dafür war es zu schnell und zu dynamisch für dich, oder? Ja, eigentlich schon. Zum Schluss krieg ich ja nichts ab. Aber dafür 435... Boah, kein Mitleben. Dafür, dass ich gefühlt vier Mechs hätte töten müssen, die dann irgendein Spieler mit M noch einmal draufgeschossen hat. Du bist den besseren Spieler. Ja.